Guten Tag, schön euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Ja, ja, Wildlinge, passt schon. Coalstones, Coalstones sind gemein. Anna ist sauer. Da hat sie auch einen Grund dafür. Zeit um mal den Schamanen zu snacken. Ixion, Rider, tschüss, gut. Shieldsman, ihr habt eine gute Verteidigung. Dann auf jeden Fall mal ein bisschen nach vorlaufen. Tschuck, Schamane, tschüss. Ja, haha, gut, dass die den Shieldsman angreifen, die Deppen. Gut, was gibt's da für Spannendes? 27, 27 klingt doch gut. Butchermann, einmal bitte. Warriors erledigen, oder fast erledigen. Anknabbern. Arissa, was kannst du machen? Lightning damage to the victim. Gas of Wind. 3 adjusted enemies. Ähm, Naugstamp Throne wäre auch nicht schlecht. Aber so weit sind wir nicht vorne. Wir haben eine gute Verteidigung. Ich laufe auf jeden Fall mal weiter. Und machen wir so Soul Spark in Richtung Wilding Warrior. Resisted, 4 Schaden. Spareman. Ihr dürft's die Rider platt machen. Punker, Archers, ihr killt's. Ähm. Ähm. Den Warrior, ehe er wieder da reinkommt. Gut. Coal Stones. Nicht so gut. Tja. Coal Stones. Nicht so gut. Tja. Nein. Drecks Typen. Drecks blöde Fucker. Ähh. Ärgert mich. Otto Resolve. Ich hab keine Lust mehr. Anna ist gestorben, aber ansonsten hat's fuck massig Punkte gegeben. Schade. Weil für die Anna waren die Coal Stones zu viel. Aber es waren gute Erfahrungspunkte. Unrest, Giller per Season. Armys Accuracy. Möchte ich eigentlich alles so ein bisschen erforschen. In welche Richtung begebe ich mich? Armys Accuracy, Armys Experience ist natürlich auch geil. Oder halt in Richtung Geld pro Saison, was auch nicht übel ist. Ich werd das mal machen. Hier ist ein Mage Spell Mastery. Und Shieldsman hat auch ein Level Up. Bei dem geht's ganz schön schnell. 15 Hit Points. Das kann ihm nicht schaden. Puh. Schön. Schön, 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 schön. Unser Schatz. Fame und Schuhe. Naja. Nicht so schlecht. Defense plus 1 Moves. Äh. Das passt eh für dich. Und Defense. Wenn wir Trade und Equipen. Puh. Ja. Nette Sache. Halb im Arsch. Ohne Anna sind wir jetzt dabei weiter zu machen. Schade. Aber ja. Was soll's. Next Turn. Auf jeden Fall ein schöner, spannender Kampf. Den wir da gerade hatten. Und da gibt's noch jede Menge interessante Felder zum Befrieden. Skelette. Lasst uns mal bitte weg. Gut. Harrigan so. Ist stehen geblieben. Das heißt wir können die endlich battlen. Ähm. Lightning Damage. Piu. Pass. Pass. So und erst mal näher kommen. Ja ja. Kommt näher. Dodge. Ja. Tschüss. Und Coal Stones. Resistet. Minus 6. Minus 7. Ist schön wenn's. Weil resistet ist aber trotzdem Schaden zufügt. Ja. Ja. So jetzt haben wir's dann aber oder? Ja. Perfekt. Perfekt. Und wir können uns wieder in die andere Richtung drauf machen wo wir eigentlich hin wollten. Da gibt's nämlich wieder ein paar Schätze. Xion du bist voll im Eimer. Auf jeden Fall mal regenerieren. Auf jeden Fall regenerieren. Esken ist Under Attack. Ja jetzt. Ja die blöden Skelette. Ich hoffe wir kommen vorher dran. Ja. So. Esken. Ähm. Dann kommen die Pioniere. Das ist gut. Das ist gut. Ich würde mich ja mal da durch teleportieren. Acht Schaden. Pioniere hauen ab. Mal noch ne extra Rush und hauen ab. Skelette laufen uns nach. Uncool. Dodge. Auch uncool. Auch uncool. Esken spielt Lego. Und spielt gut Lego. Zwölf. Die laufen wieder weiter. Samen. Ähm. Ehm. Ehm. Ehm 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 ehm. Ich stelle mich hier, hier so, neun Einfach um ein bisschen meine um ein bisschen Attraktion herbeizurufen Okay, ich muss das jetzt irgendwie taktisch machen Ich lauf mal in die Nähe Ja, kommts her, kommts her, kommts her Esken läuft nach und finisht nebenbei mal die Skelette Gut Gut Ich laufe auf das Feld Esken Gut Hallo Snack Moll, Dodge Aber es scheint gefruchtet zu haben Äh, Pass Daher Einmal in Lightning Form Einmal durch Ups, 10 Gut, jetzt müssen wir es gut timen Pass 9 8 Dodge Wir kommen nochmal dran 12 9 12, ja Ja Boah, ich war jetzt so angespannt Krass, das hat geklappt Das hat wirklich geklappt Hammer Hammer gut Esken ist so stark Gut Gut, dass das geklappt hat War klar, dass Pioniere Aufmerksamkeit erregen Und das Auto Resolve Das wäre 100%ig in die Hose gegangen Das hat geklappt Nice Müsste eigentlich jetzt alles frei sein Das heißt, die Pioniere können sogar durchlaufen Ohne Gegner zu attracten Und dann uns irgendwo da hinsiedeln Wenn da mal Platz ist Der Einheit ist halt immer noch total im Eimer Tja 110 61 Hm Aber irgendwie sterben die immer total schnell Meine Tiereinheiten Einer zum Beispiel Oga Euch würde ich eigentlich gerne platt machen Aber ich möchte zuerst mal wissen Was sich da hinten befindet Könnt mich natürlich auch da her setzen Auf den Platz daneben Dann hätte ich auch irgendwann mal die Ruinen und so weiter in meinem Blickfeld Einfach eine neue Stadtbahn Und das überlege ich mir noch Esken braucht eh noch ein bisschen Zeit, bis er da ist Next Turn Bisschen Health sammeln Kann nicht schaden Pionierchen Wo wollt ihr hin? Ähm Ähm Noch vorlaufen Ach komm Da dürfen wir nicht durch oder was? Doch Geht doch Ich begebe mich mal in diese Richtung Wird auf jeden Fall mal weiterlaufen In diese Richtung Auch wenn die Wegfindung gerade wieder total gaga ist Rockspider Lair Klingt doch nach einer coolen Erfindung Damalige die Rockspider Lair einzufallen Speichern Schon lange nicht mehr gemacht Film und ein Schwert Und ein Schwert 100% Damage 1 Counterattacking Und 2 Counterattacking per Round Nice 12 Attack 14 Attack Das klingt doch ganz gut Braucht man da nur noch den Helden Der es auch nehmen kann Weil dabei finde ich Experience auch ganz toll Uh ok 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 Da haben sich die Capita natürlich auch schon niedergelassen Wo nicht? Dieser blöden Capita Sich die überall hinsetzen müssen 61 Ah wir sind noch zu platt Ähm Guard Next turn Auf jeden Fall mal Guard Wir brauchen auf jeden Fall Prepare to die Leave your lands peacefully Entschuldigung Ehm 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 Lass mich doch durch Probieren wir es noch mal Tch 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 Ja Gut Sind wir da mal vorbei Blöde Sache hier Dass sich die genau Daher setzen Hm Naja Ähm Genau Sag ich auch Es gehen Einfach mal nach vor laufen Das ist ganz gut So Was gibt es da noch Gibt es noch irgendwas Spannendes zum abgreifen Was die Gegner noch nicht gemacht haben Tja Schamanen Und eine Arena Oi 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 Innen Also lauter Schwere Quests Mal schauen ob das Iria es schaffen kann Ixion Er ist jetzt immer noch Angeschlagen Aber ich probiere es Ich probiere es Eher Elemental Battle Strong Versus strong Von den reinen Werten her Haben wir gute Chancen Ja Da blitzt's Und donnert's Wir können alle unsere Einheiten Heilen Um 12 Punkte Das Werde ich mir auf jeden Fall Wie Hinterkopf behalten Erstmal normal angreifen Und wenn wir dann Wenn unsere Gesundheit Einigermaßen angezählt ist Dann werde ich das machen Hurl Balder Das geht's In deine Richtung Tschüssi Kowski Batschaman Ihr dürft euch gleich mit den Elementar anlegen Erissa Erissa Und dann bloß Readjusted Enemies Zurück Eventuell Nee Soul Spark Lightning Damage 8 von 8 8 von 8 8 von 8 Egal Gleich Du Du bist der Glückliche Der resistet Verdammt Da blitzt's wieder Ja Passt schon Passt schon Spearman 12 Schaden Für die Elementare Wenn der down ist Ist es auf jeden Fall Schon leichter Ixion 6 Meine Earthquake All enemies Within one radius Das ist doof 11 Schaden Das klingt schon mal besser Batschaman Könntest du ihn eigentlich erledigen Oder weißt was Lauf nach vorn Mach die erstkühle Splat Die kommen als nächstes dran Erissa Den finischen Gut Jetzt kommen nur noch 3 dran Mit ihrem blöden Blitzen Ja 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 Passt So Zack 11 Schaden Oh 8 Gut Gut Wir haben es irgendwie überlebt Und das ist nur noch Kleinvieh Das ist nur noch Kleinvieh Tschüssi Schöne Erfahrungspunkte Ja Also das Das gibt tolle Levelups Für uns Next turn Die Pioniere stellen sich schon mal in lauer Stellung Und harren der Dinge aus Die da kommen werden Sandgoldern gibt es da hinten noch Air Elementals Alles ganz interessant Es kehren Genau Du wolltest Wo wollen wir hin eigentlich Was gibt es denn so Spannendes da Eventuell wirklich eine Siedlung errichten Eventuell wirklich uns Auf das Dreierfeld setzen Und sagen Gut Wir bauen uns da jetzt eine Siedlung hin Oder halt nur in Außenposten Vanished Ogre Gut Was gibt es sonst Da wird es gleich wieder heißen Wir sollen abhauen Oh Da sind die Gilden Okay Also De facto gibt es da eigentlich nichts mehr Spannendes Da die Karte wie so ein Baum aufgebaut ist Nehme ich mal an Wird hier auch nur eine kleine Abzweigung sein Deswegen wollte ich da einfach mal reinschauen Was sich da befindet Aber das ist ja Ja Ganz schön befriedet mit Gegnern Da klingt Schaman Gut Die kriegen alle Die kriegen alle die Hucke voll Von Rise of the Wild Ich laufe Ich schaue mal nach Ich schaue mal in diese Richtung Vielleicht tut sich da mehr Weil hier Habe ich nicht wirklich eine Chance Mich niederzusetzen Und da sitzt ja nochmal Gegner Da dürften die Resolen sein Die mit uns Krieg angefangen haben Ich bin mal gespannt Wie die da durchkommen wollen Die müssen erstmal den Gilden vorbei Mit denen sie auch Krieg haben Also viel Spaß Resolen Have fun und so Ich werde mir den Schatz mal schnappen Mal speichern an der Stelle Von Tense to Thrones Von Throne Experience Experience Wer mag das haben Erissa ist auch Level 9 Ja Das kriegt Erissa Unsere Magierin Damit die bald mal Eine schöne magische Sprüche auf Lage haben kann Wir sind Einigermaßen bedient Da gibt es 61er Da gibt es nur einen Sandgolem Was kannte denn der Golem Nix Nur tough ist er Haut gut drauf Aber ist nix Superschweres Schauen wir mal Was das sonst noch sich Befindet Ah das ist wie beim letzten Mal Eine Höhle Die sich so ein bisschen aufteilt Und da hinten ist dann noch mal Wahrscheinlich Ein Part mit Mit Städten Das heißt da gibt es sogar Die Möglichkeit Sich zwei Städte Anzusiedeln Ich glaube dass das ähnlich Funktioniert wie beim letzten Mal Machen wir mal den Sandgolemblatt Der steht uns nur so im Weg Pass Wir lassen ihn einfach mal kommen Baldr kann natürlich nicht schaden Alles was von der Ferne drauf kann Kann von der Ferne drauf Ihr seid nicht in seinem Angriffsradius Deswegen Pass Er ist SoulSpark Manamäßig Hasst das eigentlich Haben wir gerade so Plus minus Wir machen den Golem schon fertig Bevor er ankommt Jetzt aber jetzt traut er sich Jetzt traut sich der kleine Golem Wenn wir mal begrüßen Wie sich das so gehört Dann mach ich keine Special Fertigkeit Den hau ich einfach nur platt Batschermann Dankeschön Gar nicht so viel Erfahrungspunkte War nicht so spannend Schnapp uns das Item Eine Flöte All enemies lose their next turn Das ist gut Sprich wir kommen einfach öfter dran Eskern Army Du kannst eigentlich verschwinden Lauf mal raus Und verbrüder dich mal mit der Arias Army Für den Fall jetzt In dem Moment nur Haben wir zwar dann 3 Helden Aber Hat gute Angriffskraft Und das brauche ich hier gerade Rockspiders etc Während ich mir noch überlege Wo ich mich genau hinsettle Gut Die Pioniere stehen brav In Position Da darf man niemand vorbei Next turn Brav sein da hinten Rockspiders Nicht auf blöde Gedanken kommen